Wo bleibt er denn? Wo bleibt er denn? Na, Vater, kommst du mich auch mal besuchen? Ja, wie geht's? Gut. Was macht dein Auto? Ach, hab ich verkauft. Die alte Schrottmühle. Hast du noch Geld für gekriegt? Da laufen sie wieder, die Pfeidenherren. Und die kann hier die Mistarbeit machen. Scheiße. Was sieht das denn hier aus? Superverkommen ist unglaublich. Hier ist ja wochenlang nichts gemacht worden. Schlimm, sowas. Ich hole dir mal einen Lappen. Mein eigener Sohn. Verkommen im Dreck. Unglaublich ist nicht zu fassen. Dann geht er hin und verkloppt die alte Schrottkiste. Hoffentlich kriegt er da keinen Ärger mit. Geh mal einen Lappen her. Komm da schon. Dass ich hier mal sauber machen kann. Ja. Ich putze bis in die Dämmerung. Ich hab kein schlechtes gewesen. Bis dann hier. Ehep! Was sind die Dreck. Also are Sie geeish. ع